Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New Term Reviews, heute mal wieder mit einem neuen Video. Ja, heute mal New Term Reviews 2.0, seht ihr jetzt oben drin, 2.0, ich werde meinen Kanal ein bisschen die Struktur ändern und so weiter, das möchte ich euch jetzt eben kurz mitteilen, eben richtig hinsetzen hier. Ja, wie ich schon des öfteren in einem Video gesagt habe, vielleicht wissen es manche nicht, habe ich mir einen neuen PC bestellt am Freitag und der wird dann höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen hier ankommen und dann wieder direkt aufgebaut und aufgenommen und blablabla. Ja, auf jeden Fall, jetzt kommt in den ganzen Videos, die ich mache, eine deutlich bessere Quali, weil ich konnte mit meinem alten PC, den ich jetzt noch gerade benutze, konnte ihn nicht so gut rendern, beziehungsweise habe ich immer gerendert, damit das schnell geht, damit ich auch Videos raushauen kann, weil da hat es immer gedauert, wenn ich die auf guter, schöner Leistung machen wollte, ein bis zwei Stunden für einen 15 Minuten Part. Ja, auf jeden Fall, es wird deutlich besser Quali kommen, es wird auch noch mehr auf dem PC gezockt, das wollte ich auch nochmal ihm sagen, es werden jetzt nicht nur Videos von den, von der Xbox kommen, sondern auch viele, viele vom PC, zum Beispiel, keine Ahnung, weiß nicht, ja und es werden auch noch an den Wochenenden, beziehungsweise manchmal auch in den Wochentagen, in den Ferien oder so, werden Livestreams kommen, wenn ich es schaffe zum Beispiel, an einen, an mehreren Tagen schaffe ich es nicht, da ich dazu wenig Zeit habe, es wird meist am Samstag oder Sonntag, äh, Abend, oder Freitag, keine Ahnung, wenn ich mal nichts zu tun habe, äh, und meine Kumpels alle online sind und so, dann wird vielleicht ein Livestream kommen, das wird dann aber, äh, aber noch alles in einer Ankündigung kommen, da werde ich extra ein Video holen, hier, mit Links und so, Links könnt ihr dann auch unten in den, unten in der Beschreibung sehen, zum Livestream, ähm, Ja, und dann wird auch noch nächste Woche, denke ich mal, wird ein Game Review kommen, also ein Spiel Review, wow, ähm, ich stelle da verschiedene Spiele vor, die ich gespielt habe, die ich vielleicht sogar auch Let's Played habe, kommt ganz auf an, und bewerte die dann halt von 1 bis 10 Spielwert, Und ja, das wird dann auch noch kommen, das wird so alle 2 Wochen, denke ich mal, kommen, und ja, die Statics, die Statistiken von dem neuen PC, den ich mir gekauft habe, der bald einkommen wird, wird vielleicht schon in dieser Videobeschreibung sein, Ich habe jetzt gerade wenig Zeit, deswegen muss ich mich auch gerade beeilen, das Video aufzunehmen, und ja, vielleicht im nächsten Video, ich werde das dann, auf jeden Fall, wird alles in den Kommentaren sein, und so weiter und so fort, Ja, auf jeden Fall, also, bessere Quali von den Videos her, mehr Lifestreams, und noch mehr Game, oder halt Game Reviews, vielleicht kann man noch mal mehr Videos am Tag, zum Beispiel 3 Videos am Tag, oder so, Ich weiß noch nicht, wie ich auch immer Zeit dafür finde, auf jeden Fall, äh, ja, das war's für mich, wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch, äh, ja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, und, tschüss.